Jo Freunde, was geht ab? Eine kleine Information und zwar bin ich jetzt live auf YouTube. Ja, Bausimulator geht wieder los. Heute mal eine, also zwei Minuten eher, weil ich habe nichts zu tun. Da habe ich euch gesagt, mache ich einfach Bausimulator, weil ich das so gut gefällt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, genießt es einfach. Heute werden wieder schöne Sachen passieren, den ganzen Abend live. Ich werde mal kurz weg sein, aber mal gucken, wie es heute klappt mit dem Bausimulator. Gestern hat es schon gut geklappt, die Leute sind wirklich Wahnsinn gewesen. In Enau, also heute habe ich geguckt, 33 Aufrufe. Also gedacht, Mensch, den Leuten gefällt es besser als LS19. Schreibt gerne mal rein, ob ich, wie das gefällt, LS19 und Bausimulator, das würde mich mal interessieren. Ja, das schon mal vorweg gesagt, wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Z Только的话 Erstens